Also noch eine kleine Spezialität von uns, wir haben den Wiegentee, eine frische zubereiten Tee. Besteht aus Minze, Apfel, Orange, Limette, dann unseren Geröstereis und die Rosenblüte. Ein bisschen Zim noch dazu, dann heißes Wasser, ein bisschen Minz noch, ein bisschen Minz dazu. Das sind unsere Spezialität Tee und das können Sie immer bei uns bestellen. Vielen Dank.